Ihr lieben Menschen auf YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge Deep Rock Galactic Survivor hier bei uns auf dem Kanal. Wir gehen wieder in die Kristallkavernen und haben ja auch in der letzten Folge so einiges geschafft. Und vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwie hin, dass wir das voll machen können, bevor wir dann in den Magma-Kern reingehen. Jawoll! Was haben wir hier noch? Verdiene 4, indem du andere Gefahrenlevel und Gebiete abschließt. Okay, älter Schwede. Ja, der ist mittlerweile schon auf Stufe 5. Aber hier unten verändert sich leider Gronix. Aber das können wir ja dann in dem Shop im Hauptmenü machen. Gut. Rein damit. Jawoll. Machen wir. Und wir fangen quasi wieder bei 0 an, außer die Verbesserungen, die wir haben, die wir uns gekauft haben. Zack, 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 komm. Platsch. So. Komm, schieß von hinten. Schieß die alle von hinten kaputt. Wir brauchen erstmal ein paar Punkte jetzt hier zum Einsammeln. Zack, 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 zack. Jawoll, dankeschön. So. Gewöhnlich, selten. Erhöht das Waffenlevel auf 2. Bringt das jetzt überhaupt grad? Ach, komm, testen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Doch, es bringt irgendwas anscheinend. Matscht sich gut durch hier. Oh, es ist ein dickerer, der hat ein bisschen Panzerung. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Ich würde sagen, wir machen mehr Nachladegeschwindigkeit. Ja, ja, ich suche. Ich suche, mein Freund. Wir hacken hier mal ein bisschen dran rum, solange es geht. Okay, den haben wir abgebaut. Sehr gut. So, wo ist er da oben? Oh, was ist denn das hier für ein Zeug? Das hat man ja noch nie. So, komm da durch. Sonst müssen wir das, glaube ich, eine Weile halten, ne? Oder müsste ich das abbauen? Das bin ich mir immer noch nicht so richtig klar. Okay. Budeln wir uns hier durch. Okay, das ist hier der dicke, das ist ein kleiner Boss hier, ne? Komm, 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 sammeln, sammeln. Boah, ihr müsst ihr so aufpassen. Du bist so schnell in der Falle drin. Aber wir nehmen alles mit, was geht hier. Dankeschön. Äh, Feuerrad. Euer Rad ist immer gut. Komm, komm, komm. Lebenspunkte habe ich noch voll, also brauche ich noch nicht die roten sammeln. Okay. So, wir haben doch irgendwo einen Haufen schon weggemanscht hier unten. Ah, bah, 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 lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Hier ein paar zumindest, naja. Viel ist es nicht. Aber besser wie nix. So, neue Waffe, ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Ja, das war eine blöde Richtung. Du sollst da reinwerfen, du Knaller. Ja, genau. Das war zumindest mal ein Volltreffer. Okay, hier drüben. Komm, 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 komm. So, wirft Gegner in der Nähe zurück und verlangsamt sie, wenn du Schaden nimmst. 30 Sekunden Abklingzeit. Ach, hier, das Artefakt, was wir jetzt bekommen könnten, ne? Diesen Goldscanner. Ja, wir testen den mal. Ich meine, den haben wir bekommen. Ich weiß nicht, wozu er gut ist. Schauen wir mal. Oh, das war auch. Das ging mitten in mein Herz. Jetzt muss ich mal eben Energie suchen. Na ja, komm, komm, hier. Dankeschön. Nachladegeschwindigkeit. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wo ist der rote Mist dahinten? Komm ich wieder nicht ran. Doch, 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 doch. Dankeschön. Ah, ist das hier für ein fliegender Mistkäfer? Okay, da hinten haben wir noch ein bisschen Lebenspunkt, aber die muss ich mir ein bisschen aufheben. Sammeln wir später mal hin. Ja, das brauche ich alles. Ja, ja, ja. Dankeschön. Abbaugeschwindigkeit, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Oh. Was haben wir denn hier? Großwildjäger oder Batteriekugeln. Ändert den Schadenstyp zu Elektro. Zielt auf den Gegner mit den höchsten Lebenspunkten. Oh, machen wir mal Elektro, oder? Komm. Oh ja, das sieht gut aus. Oh, 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 oh. Oh ja. Irgendwas bringt's wahrscheinlich, keine Ahnung. Macht ein bisschen Strom und so. Aber ich brauche mal eben das rote Zeug. Es ist mir klar, dass die Stärke, aber er ist mir vollkommen klar. Ähm, 10% mehr Schaden. Ja. Oh, was ist denn jetzt los? Leute. Äh, hallo? Oh, 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 oh. Ich dachte, und gleich ist er tot, ne? Ach, verdammt. Macht ihn ihr mit mir, ja. Lasst mich hier durch. Lasst mich durch, lasst mich durch. Ah. Ich brauche so ein rotes Zeug hier. Ja, ja, ist klar. Ihr werdet schon wieder stärker. Ja, ja. Macht ja Sinn, ne? Ich bekomme keine Stärke, aber ihr. Boah, die Granate rettet uns so auf den Arsch hier. Das rote Zeug da hinten. Ne, das hilft gar nicht. Das andere rote Zeug, okay. Okay. Ich bin tot. Ich bin einfach mal tot. Okay. Okay, oder auch nicht. Okay, das dann. Äh, ja. Danke. Boah, ich habe kaum noch Lebenspunkte. Boah. Mit welchem... Ach Gott, 26. Kann ich mal... Ne, ich kann nicht mal heilen. Ach, verdammt. Boah. Kritischer Schaden macht keinen Sinn. Ne, wir müssen weitermachen. Und das rote Klumpf da hinten. Noch gleich vor der Nase. Süß da mal. Bitte, bitte. Heile mich, heile mich, heile mich, heile mich, heile mich, heile mich. Das ging ja nicht hier, das Zeug, oder? Ne. Ah ja, nehm es trotzdem mit. Solange hier noch Ruhe ist. Ist das Elektrozeug jetzt besser, oder nicht, heil? Weiß ich. Ja, nehm es trotzdem mit. Ja. Ja, ja. Ein bisschen hat es gebracht, aber jetzt so auf die Menge war es jetzt nicht, aber ist egal. Ah. Oh, diese riesen, schweren Viecher da, ne? Oh, ich muss hier durch. Ja, ja. Ist klar. Oh, oh, oh. Da, nehm ich lieber die Abkürzung. Verdammt, Leute. Kann das sein? Kann das sein, dass das gerade um 1000% schwerer geworden ist, das Spiel? Oder kann ich einfach nur nicht mehr spielen, weil es nicht, keine Ahnung. Okay, hier drin gibt es ein bisschen was zu holen für uns. Den Mist brauchen wir hier, um ein bisschen nach vorn zu kommen. Oh, oh, geht weg, geht weg, lass mich in Ruhe. Hm. Oh, ich brauche irgendwie, wo ist denn der Versorgungspot da unten? Also dieses Elektro-Ding ist eindeutig, ich glaube, noch schwächer im Moment. Aber vielleicht wird es noch irgendwann stärker. Weiß ich nicht. Ja, du, dann schick mir das Zeug mit runter. Ich weiß doch nicht hier. Blümchen, toll. Oh Gott, nee, ehrlich. Erhöht den Schaden für... Okay. Vielleicht können wir kurz hier die Engstelle ausnutzen. Nee, können wir nicht, natürlich nicht. Naja, die Elektrowaffe, die scheint noch ein bisschen so sich zu verteilen, ne? Das so weiterzuleiten, den Schaden. Okay, hier durchschnell. Oh nein, Leute. Es wird nicht einfacher. Komm her, das Zeug, das brauche ich. Nicht wenig davon. Wir sollten mal gucken, wir haben doch irgendwo vorhin einen Haufen Kalk gemacht. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Da drüben. Wie viel haben wir da von 60? Okay, ach, das ist, ach, das ist das Gold. Wow. Okay, vielleicht gibt es hier ein bisschen Verstärkung, aber auch nicht. Okay. Aufsammeln von 9, äh, so. Wir nehmen... Oh. Egal. Verdammt, das sind Horten, Leute. Das sind Horten. Ah, verdammt. Oh nein. Schießt doch, Junge, schießt doch. Uh. Geh weg. Oh, diese roten Viecher, die sind echt krank. Ne, also beim nächsten Mal werde ich die Elektrowaffe nicht wählen, weil das ist ja... Also richtig, knallt die nicht rein, ne? Aber na gut, ne, weil man es nicht macht, wenn man es nicht ausprobiert, dann wird man es auch nie erfahren, ob das gut ist, das Zeug. Geh weg den Eliten, ja, ja, ist klar. Ich komme nicht mal ran an, Mr. Elite. Oh, was haben wir hier? Zack. Ja, du schmeißt deine Granaten, bitte. Ja, ja. Ist klar. Komm, komm, komm. Nehmehr doch froh. Nein. Leute, lasst mich in Ruhe. Okay. Oh, hier kannst du nur versuchen, irgendwie durch die Berge abzuhauen. Oh, ja, 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 ja. Schießen. Oh, diese Nachladegeschichte, ne? Ja, die werden stärker. Ja, ja, ist recht. Okay. Junge, 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 Junge. Na komm, im Granat. Hopp. Hopp. Na klar, wir haben die Stärke, das ist logisch. Wir können ja nicht ewig schwach bleiben, nur. Leute, oh, nein. Okay. Und das war's. Junge, 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 Junge. Die Massen. Oh, was ist das? Okay, ich habe einen Stromfeger. Kann nun während einer Expedition gefunden werden. Was auch immer ein Stromfeger macht und ist, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder am Morgen mit Deep Rock Galactic Survivor. Bis dann. Tschüss.